Jo meine Leute, willkommen zu diesen Predictions vom Grundpreis von Ungarn mit der Formel 1 Saison 2022 mit dem Rennen Let's Go, heute um 15 Uhr live auf Sky Sport F1 Das Rennen gewinnt Max Verstappen, herzlichen Glückwunsch, dahinter George Russell Dann wird 3. Charles Leclerc vor Guangio Zhou Dann wird 5. Mick Schumacher vor Kevin Magnussen Und 7. und 8. wird Fernando Alonso und Lewis Hamilton So das war's mit den Predictions vom großen Preis von Ungarn mit dem Rennen Saison 2022 Der Formel 1 Saison 2022 So wenn du auf das Bild auch gefallen hast, lass ein Dornchen nach unten da Vergiss kein Abo, dann nehmt die Glocke, die nicht vergessen sind die Linden Dann verfehle keine Benachrichtigungen auf diesem Channel und bis deiner gute Welt, ciao!